ja hallo mein freund und herzlich willkommen zu einem ja mal anderen wie ihr seht habe ich hier ist aufgenommen degradiert ja ich meine ja ich habe sie auch lange nicht mehr gespielt ok so ist noch von irgendwas die nächste büster also der greife eine raffin die oben das ist schön die truppen aus großer distanz schnackt die kanunde des verderbnis verursachten nun flächen zu einem kleineren kleinen radios ist gut laser strahler teilen auf level 2 und 3 mehr schaden aus wieder einladen schaltfläche im einsatzkommando menü hinzugefügt verbesserte gegner suche waffenlabor kosten auf alle levels verringert das ist doch mal schön fehlerbehebung mini roboter lösen nun korrekt ja die produktion prozent ist jetzt erstmal nicht so wirklich ach wir lassen erst mal stehen das habe ich nicht das habe ich dachte jetzt schon boah das wäre wohl mal was egal okay auf jeden fall das kommt und pokémon go spiele ich noch ja das ist sicherlich schon okay natürlich soll das nicht mehr mein besser herum hängen sondern auch sondern wollen wir natürlich auch nur einiges okay auf jeden fall wollten wir jetzt natürlich noch einen kleinen angriff machen der toktor terror ich war leider nicht lang genug online egal welches level greift denn schon mal an ich glaube erst mal Ich würde mal erleben wie die Fekuttenbesser. Ich meine, das ist interessant. Ja, dann diese. So, das ist die große, ich fahre schon mal dran. Okay, vielleicht die Trieger mal... Ich lasse die auch wieder. Für mich jetzt kommt sie hier. Und dann diese Schwachstinbesser. Ich fahre jetzt nicht nur, ich fahre jetzt sie dir. Aber dann ist es auch wieder. Dann habe ich jetzt einfach J None Chat. Und ich mag auch jetzt nicht mehr Trieger mal. Aber dann ist es aber zu wenigstens dann noch einmal die Trieger. Kann ich mir das Thema Rezept nicht mehr? Und dann sind wir schon immer wieder mit dem Trep. Dann sind wir sehr gespannt, wie auch zusammen mit Schiefenblattern eben turtles. Und dann sind wir jetzt noch einmal die Trieger. Ich bin auf der Welt. Ich bin auf der Welt. Okay. Die Einzüge ist auf der Winterkarte. Und das ist ein weiteres Garten. Die Einzüge der Welt ist mit einem scoffer Schiff. Und dann kann ich einen Schlosser-Geräusch sein. Ich bin ein Schiff, der ich sollte sein. Ich glaube, ich mag das nicht. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. ja ich hoffe wir sehen uns dann bei in einem anderen wieder video wieder bei